In den heutigen VIVI News Ubisoft arbeitet mit VIVI ab sofort zusammen. Außerdem schauen wir uns nochmal den letzten Drop an von Disney und warum das Ganze meiner Meinung nach ein richtig fetter Fail war. Außerdem schauen wir uns den nächsten Comic Drop an mit den Drop Details und auch den nächsten Collectible Drop an vom Künstler Gary Baseman. Das und sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein VIVI OG mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen würde ich sagen, starten wir heute auch direkt rein ins Video. Aber erst wenn du natürlich den Kanal abonniert hast und hier auf jeden Fall mir auch ein Like unter diesem Video dargelassen hast. Jetzt würde ich aber sagen, da du es gemacht hast, viel Spaß mit dem gesamten Video. Ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit dem kommenden Comic Drop, beziehungsweise dem heutigen Comic Drop. Und zwar nicht Adventure into Fear, Hashtag 19. Und das Ganze wird die First Appliance von Harvard the Duck beinhalten. Außerdem wird das Ganze heute um 16 Uhr deutscher Zeit droppen. Ganz wichtig, nicht 17 Uhr, sondern 16 Uhr. Erst am 26. werden hier auch die Uhren umgestellt. Das Ganze wird wieder eine super Limited Edition sein. Natürlich mit exklusiven Array und auch Ultra Recover. Und das Ganze wird hier einen Listenpreis von 7 Gems haben und eine Editionzahl von gerade mal 7500 Stück. Das sind auf jeden Fall die Daten, die wir dazu haben. Ich persönlich werde den Job aber nicht mitnehmen, da die Daten auf GoCollect nicht allzu super aussehen. Und hier eigentlich nicht wirklich vielversprechend sind. Auch wenn hier 4400 steht, schaut euch mal ein, zwei Comics da drunter das Ganze an. Das sind nicht wirklich hohe Preise. Von dem her kein Comic-Job, den ich mitnehme. Und ansonsten haben wir auch die nächste Drop-Ankündigung. Und zwar haben wir von Gary Baseman. Und das Ganze wird nämlich am Freitag, dem 24. März um 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Natürlich wie immer ein Blackbox-Format. An dieser Stelle stehen wir mit zwei Collectibles, die wir sehen werden. Und die schauen wir uns jetzt direkt auch mal an. Und hier gibt es tatsächlich sogar eine Utility. Und zwar nämlich einen AirDrop, den man sozusagen zu dem Set bekommt, und falls man das Ganze halten sollte, vor dem 31. März um 17 Uhr deutscher Zeit. Und wie gesagt, das Ganze im Blindbox-Format. Wir haben hier wie gesagt einmal dieses Bild. Das Ganze wird eine Ultra-Rare sein. Das Ganze wird außerdem einen Listenpreis von 60 Gems haben und eine Edition-Zapfel, gerade mal 666 Stück. Und als Ultra-Rare gelten und natürlich eine First Edition sein. Meiner Meinung nach der Preis hier etwas zu hoch. Aber an dieser Stelle möchte er es anscheinend zu diesem Preis verkaufen. Ich gehe auch davon aus, dass es tatsächlich nicht ausverkauft sein wird. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall das nächste Bild. Und das wird auch nur meine Ultra-Rare sein. Das Ganze wird hier auch dieselben Daten haben. Listenpreis von 60 Gems und eine Edition-Zapfel von 666 Stück. Und dann komme ich jetzt zum AirDrop, den wir bekommen werden. So sieht das Ganze einmal aus. Und wie gesagt, das bekommen nur die Leute, die dann bis zum 31. März hier auch wirklich das Set gehalten haben. Der AirDrop selbst wird dann am 7. April stattfinden. Das heißt im Prinzip eine Woche später. Und ansonsten kommen wir zu der Nachricht, die mich persönlich gestern richtig vor morgen gehauen hat. Und zwar haben wir nämlich die offizielle Ankündigung, dass wir mit Ubisoft bzw. Vivi mit Ubisoft hier eine Partnerschaft hat und das Ganze für NFTs nutzen wird. Und wir haben gleichzeitig auch tatsächlich schon eine Job-Ankündigung bekommen. Bevor wir das aber anschauen, klären wir doch erstmal, was ist denn überhaupt Ubisoft? Weil ich glaube nicht, dass es tatsächlich jeder kennt, obwohl wahrscheinlich die meisten es von Spielen kennen. Spiele, die zum Beispiel zu Ubisoft gehören, sind zum Beispiel Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance, Rayman, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Also hier auf jeden Fall einige, einige Spiele, die auch viele Leute wahrscheinlich von euch gespielt haben und auch, ja, vielleicht sogar noch aktuell spielen. Und der Umsatz hier ist auf jeden Fall auch sehenswert. Insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar haben sie im letzten Jahr allein im Umsatz gemacht. Und sie haben auch hier einen Börsenkurs, der momentan tatsächlich auch relativ gut dasteht, bei 22 Dollar pro Aktie. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr cool und zeigt ja auf jeden Fall auch, dass wir eventuell nicht nur, was die Schiene NFTs angeht, von Ubisoft etwas sehen könnten, sondern vielleicht auch mehr in Zusammenarbeit mit Ubisoft in Zukunft. Sei es zum Beispiel, dass Vivi NFTs von Ubisoft dann auch wirklich in Spiele eingebaut werden. Da gibt es auf jeden Fall wahnsinnig viele Kooperationen bzw. Möglichkeiten, wie hier Ubisoft auch ihre eigenen NFTs in Spiele einbinden kann. Nun schauen wir uns aber an, was droppt denn nun eigentlich hier auf Vivi? Und zwar bekommen wir nämlich Rabbids. Und das ist tatsächlich aber nicht das erste NFT, was wir hier von Ubisoft sehen. Das ist tatsächlich etwas, was Ubisoft schon selber gemacht hat. Wir sehen jetzt das Ganze aber hier auf Vivi. Und zwar insgesamt vier digitalen Collectibles am Samstag, dem 25. März um 16 Uhr deutscher Zeit. Und das ist einmal das Collectible, was wir wahrscheinlich auf jeden Fall sehen werden. Das wird gekommen sein. Ist auf jeden Fall eine witzige Sache. Viele Leute sind damit auch aufgewachsen. Und dementsprechend, wenn man sich auch hier mal den Account von Rabbids anschaut, gut, das sind jetzt nicht allzu viele, aber 16.700 Follower sind auf jeden Fall nicht allzu wenig. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu diesem gesamten Drop sagst. Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Falls du den ganzen Drop nimmst, nimmst du den ganzen Drop mit oder skippst du das Ganze. Ja und ansonsten kommen wir nochmal auf den letzten Drop zu sprechen. Und der war meiner Meinung nach eine richtige Bruchlandung. Denn der Walt Disney bzw. Platy Moments NFT Drop von Disney war wirklich nicht so super, wie vielleicht viele gedacht haben. Es hat erstmal sich überhaupt verschoben, dass hier kein Blindbox mehr war, sondern jedes Collectible einzeln gekauft werden konnte. Dadurch gab es weniger Gambler bzw. die Gambler sind häufig auf die Secretress gegangen. Und im Endeffekt haben sich die Preise tatsächlich nicht allzu gut entwickelt, muss man ehrlicherweise sagen. Die Secretress steht in etwa bei 250 bis 300 Gems. Die Ultra Rare in etwa bei 200 bis 150. Und die anderen beiden, Mickey und Donald, stehen momentan so in etwa bei 60 und 70 Gems. Das ist nicht allzu viel und dementsprechend nicht wirklich eine überragende Leistung hier auch für Disney. Denn wir sprechen hier immerhin von Platy Moments. Und das Ganze ist im Prinzip die Folge zu den Golden Moments. Und jeder, der damals schon dabei war bei den Golden Moments, der weiß genau, wie sich die Leute darum gestritten haben, um so einen Teil zu bekommen. Und wir hatten jetzt hier eine deutlich geringere Edition Auflage. Und trotzdem hat es wirklich eine Zeit gedauert, bis hier auch die letzten Mickeys dann aus dem Markt waren. Und das zeigt sich tatsächlich auch hier beim VVX Tracker. Wir haben nicht wirklich viele aktive User gehabt gestern. Wir hatten insgesamt 10.000 aktive User gestern jedenfalls. Und das ist natürlich nicht allzu viel bei einer Edition Zeit von gerade mal 10.000 Stück. Insgesamt hatten wir auch nur 78 neue aktive Wallets, was für so einen Job meiner Meinung nach wirklich ein absolutes Armutszeugnis ist. Da es hier zeigt, dass wirklich kaum neue User mit diesem Job reingekommen sind. Und das ist eigentlich ein Job, wo ich dachte, hey, da kommen vielleicht mal 1.000 neue Leute dazu. Aber nichts da, das sieht momentan wirklich relativ mau aus. Ansonsten sieht man es hier auch an den aktiven Usern. Wir sind so gerade in etwa immer bei 70 bis 100 irgendwie so am Rumdümpel. Also wirklich viel passieren tut hier leider nicht. Ansonsten, wenn man sich auch mal die Daten hier von dem Obitoken Burnsheet anschaut, ja, dann sind die Daten natürlich nicht allzu schlecht. Wir haben hier trotzdem immer noch in einer Woche knapp eine Million dabei, was in die App kommt. Und allein gestern hatten wir einen Zufluss von 548.000 US-Dollar. Über eine halbe Million ist schon ordentlich. Aber wenn man sich natürlich den gesamten Job mal anschaut, das ist natürlich auch ein Job, wo einfach das Ganze 60 Gems gekostet hat. Dementsprechend kommt einfach auch sehr viel Kapital in die App mit so einem Job. Aber nichtsdestotrotz ist es momentan meiner Meinung nach ziemlich mau. Und dieser Job hat eigentlich schon gezeigt, dass es hier nicht so weitergehen kann. Denn selbst wenn so ein Platin-Drop nicht richtig ausverkauft wird, dann muss so langsam mal was passieren. Und es viele, viele Leute nur noch da draußen, die irgendwie versuchen zu flippen, so schnell es geht, um irgendwie noch ein bisschen Profit zu machen, was ja nicht wirklich das Ziel der App ist. Und mir persönlich momentan etwas Sorge bereitet. Du kannst mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie du den ganzen Job wahrgenommen hast. Aber das ist auf jeden Fall das, wie ich es wahrgenommen habe. Und ansonsten, das hat ziemlich wenig mit Vibi zu tun, aber mit Kapital. Und zwar gehen wir noch mal ganz kurz auf die PAD-Entscheidung gestern ein. Und zwar hat das ganze Komitee hier sich entschieden, die Basispunktnummer um weitere 25 zu erhöhen. Insgesamt sind wir jetzt in den USA bei einem Zinssatz von 5%, was schon relativ hoch ist. Und die Fed hat außerdem gesagt, dass sie wahrscheinlich dieses Jahr keine Zinssenkung fortführen werden, beziehungsweise überhaupt anbrechen werden. Und da ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass sie hier auf jeden Fall nicht dieses Jahr kacken. Wir haben jetzt insgesamt noch neun Monate vor uns. Wir sehen, dass die Inflation rückläufig ist. Wir sehen auf jeden Fall auch im Bankenwesen einiges am Ruckeln. Der Markt an sich hat tatsächlich jedenfalls, was den Kryptomarkt angeht, gar nicht mal so schlecht reagiert. Insgesamt nur 2% im Minus hier für den Bitcoin eigentlich relativ akzeptabel. Wir sind ja auf immer noch einem ziemlich hohen Niveau. Wenn man sich dagegen zum Beispiel aber den S&P anschaut, dann sieht man hier 2,5% im Minus. Und man muss ganz klar sagen, 2,5% im Minus sind hier bei einem S&P deutlich krasser, beziehungsweise deutlich mehr als beim Bitcoin die 2%. Das kann man an dieser Stelle nicht wirklich vergleichen. Und dementsprechend schon auf jeden Fall ein ordentlicher Abfall. Man hat das hier auch gesehen. Erst hat der Markt hier sehr positiv reagiert. Und dann sieht man, sind die ganzen Verkäufe in den Markt gekommen und haben dann den Preis hier gedrückt. Bis zu dieser momentanen Support, die hier auf jeden Fall noch hält. Wir sind jetzt aber an dieser Stelle hier auch noch vor Marktöffnung in den USA. Dementsprechend kann es sich auf jeden Fall hier jetzt auch noch entscheiden. Je nachdem, wie der Markt in den USA reagiert. Wir sehen jetzt aber tatsächlich hier auch pre, also vor Markteröffnung, hat der Markt jetzt hier auch schon wieder positiv reagiert. Was erstmal prinzipiell gut ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie auch die traditionellen Märkte mit dieser Zinsentscheidung in den kommenden Wochen umgehen werden. Und wie sie es auch einpreisen werden. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich natürlich wie immer bei dir da draußen riesig fürs Zusehen. Und wünsche noch einen wunderschönen guten Mittagelabend. Bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.